Und hallo liebe MOBA-Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Mobile Legends. Mit dabei ist der Elevator, mein... Moin, der aboniert mich und sonst habe ich nicht viel zu sagen. Und wir spielen mal wieder eine Runde Klassik. So, ähm, ja, ich habe jetzt noch gar nicht kurz Gedanken gemacht. Ich würde ja gerne die neue Heldin spielen. Die ist Magierin, die hole ich mir auch, wenn ich genügend Goldmünzen habe. Aber leider habe ich diese Goldmünzen erst vor kurzem in den Wind geschossen. Ja, ist immer kacke. Weil ich dachte, dass ich diesen Magierzesk gut spielen kann. Und weil wir gerade über den geredet haben, werde ich ihn euch heute mal zeigen. Bereitet euch schon mal auf eins meiner schlechtesten Spiele im Let's Play vor. Dann, äh, das ist nicht so schlecht, wie wenn sie mal ein Video ans gucken, wo ich, äh, den gespielt habe. Oder das, sehe ich aus. Im Übrigen ist mir aufgefallen, du hast Versteinerung schon freigeschaltet. Der Zauber nennt sich auf Englisch, warum auch immer, Petrify. Petrify, lass mal nachgucken. Ach, das, ja, das habe ich schon länger. Achso, okay. Ja, ich wollte mir schon sagen. Ja, ich benutze mal dieses, äh, diesen Spell, den ich habe. Erst habe ich den gar nicht verstanden. Ich dachte so, hä? Ja, das ist mir aufgefallen. Ja, da muss man schon etwas über die Map. Im Grunde genommen ist das ja fast wie der Teleport-Zauber bei League of Legends. Ja, nur hier ist irgendwie angezeigt worden, dass du nur bis da kannst. Ziemlich erst verwirrt wesen, da dachte ich irgendwann, wenn ich über die Map gehe und dann das drücke, das hat dann funktioniert. Ja, dann gibt das schon Sinn. Ähm, ah, Hippie DJ Easy ist tatsächlich jetzt online. Bitte ruf jetzt, bitte lieber Hippie DJ Easy, ruf jetzt bloß nicht an. Alles nur das nicht. Ja, das wäre kacke. Aber gut, im Übrigen kennen, vielleicht, einige kennt es, vielleicht, ich weiß ja nicht, wer es alles kennt, das Lied von Misha zu League of Legends. Stille, das heißt offensichtlich nein. Nee, okay, nicht nicht. Weil Misha ist ja das Pokémon-Go-Kind, also der diesen Pokémon-Go-Song gesungen hat. Ja, ja. Und der hat halt auch League of Legends is the winner, nee, League of Legends is the winner, Dota is for little children, league, 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 I like. Oh mein Gott, also, ja, das hat er gesungen, also der hat im Grunde genommen in seinem Song League of Legends in den Himmel gelobt, was ja nicht schlecht ist, das ist ja geil. Aber Dota hat da richtig Runde gemacht, alter. Ja, ich finde auch Dota ist nicht so gut, hat irgendwie komische Grafik. Also ich bleibe definitiv auch bei League of Legends, aber ich sage immer so, ich fange ja keinen MOBA-Krieg an. Ja. So, ich habe übrigens in unserem Gaming-Server Regeln gepostet. Ja, ja, habe schon durchgelesen. Ja, übrigens, wenn ihr mitzocken wollt, ich werde euch unten im Video in der Beschreibung den Link verlinken. Also den Gaming-Server werde ich euch da verlinken. Und dann könnt ihr mit uns gemeinsam Fun haben. Wir sind nach oben. Ja, habe ich doch angezeigt. Also, wir lesen nicht mit. Wir lesen keine Sklavenvorteil. Aber gut, wenigstens habe ich Roger eine Nähe, es sei denn, er entscheidet sich jetzt anders. Ja, nee. Ja, der letzte Roger. Ja, nee, nichts ist klar, alles Roger, alles. Ja, Sportfreunde Stiller sind geil, also davon habe ich mindestens sieben Lieder auf dem Handy. So, weißt du, was ich immer hasse? Dieses Fragezeichen, ob er dir raufkommt. Das heißt ja, dieser einen Champion ist in der Nähe, weil er sich unsichtbar gemacht hat. Okay. Und dann ist immer dieses Fragezeichen. Hallo. Oh, ich hätte der Mia jetzt beinahe einer reingeballert. Ey. Gibt's doch gar nicht. Ah. Ich finde, Cloud ist ein bisschen schwach, wenn er auch kein Item hat. Wenn er das erste Item hat, dann macht er damage. Wer weiß, eventuell haben die den sogar nur. Du weißt. Ja, denke ich aber nicht. Na, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Mach diese Mia auch immer ab. Das macht so keinen Spaß. Mia, stell dich uns. Ich wollte ja mal, ich wollte ja mal auch ihn auf Crit bauen. Aber das habe ich mir dann ein Video angeguckt. Normalerweise, also das, was dir vorgeschlagen wird. Wo ist es Crit? Da ist das normale Besser. Okay. Ja, ich habe mir jetzt ein bisschen was mit meinen Zaubern reingeknallt. Die traut sich nicht noch mal. Okay. Ich habe den Kill geklaut. Der eine da hat auch verschwendet viel zu viel Mana. Also wenn er so weitermacht, kann er keine Fähigkeiten mehr machen. So, hier ist Tylon, ich komme zu euch runter. Ich habe keinen Bock mehr auf die Lane. Jo. Also, Zeit lang hat man, wie was machen wir so willig. Oh, bei euch geht es ja richtig zur Sache. Oh, jetzt jumpt ihr euch weg hier. Ach ja, du hast... Ja, du hast da Probleme. So, Bürger. Das ist toll. Ich kann einfach mit vollem Leben wieder da sein. Ja, das ist das Gute an Teleport, aber man muss leider auch dafür was opfern. Ja. Ja, man muss halt entscheiden, was ich selbst entscheiden, was wichtig ist. Ja, ins Spiel habe ich jetzt weggebracht, weil das kommt irgendwie so vor, das bringt nichts auf Cloud, weil wenn er schießt und sein Affe schießt auch, in dieser Zwischenzeit ist es, wie als würde er den Schuss aufladen. Also, er schießt ganz normal und dieser Schuss, der mittel drin, der ist einfach wie als wäre da gar nicht da. Das heißt, es sieht so aus, es würde er ganz schnell schießen. Okay. Und das ist dann, tut dann ein bisschen die Animationen dauernd unterbrechen, deswegen komme ich vor, es ist nicht so gut. Lol, ich wusste nicht, was ich tun soll. So, ich muss zurück, das kriege ich hier nicht geheilt. Ja, das ist kein Teleport, oder? Äh, nein. Ja, pech, gerne. Ja, ja. Gut, The Watcher hat die Toplane übernommen, also bis jetzt sieht die Verteilung ganz gut aus, es steht 3 zu 3. Also, ich glaube, das hat man im Video bemerkt, oder? Das, ähm, das, ähm, ich, da, wo ich Cyclops gespielt habe, nicht die Kupfer aufgabt habe. Das hat man vielmehr des Saut gehört. Ja. Durchaus. Oh, ich habe ja erst 12. Sehr gut, ich auch gerade. Alter, wieso konnte der so weit springen, der Arsch? Jetzt kotzt einen an. Ach du Scheiße, ich bin tot. Ich hasse das. Aber ich kann gleich wieder Teleport benutzen. Oh, Scheiße, Mann, wieso ist der nicht auf den Käfer gegangen da auf? Bastard. Naja, 1, 1, 1, die Statistik geht ja gerade noch so. Ich glaube, ich soll nach oben gehen, oder? Tja, naja, gut, jetzt aktuell, ja, im Moment. Ja, ich habe die Teleport, geht schnell. Das ändert aber nichts daran, dass die Mittelein jetzt gerade der Brennpunkt hier ist. Ja, ich push einfach ein bisschen die Top aus. Dann haben die Gegner Probleme, dann muss jemand nach Top. Das ist immer eine gute Idee, wenn Leute pushen. Jemand muss nach oben. Sonst verlieren sie halt das Game. Guck, jetzt waren uns die alle nach oben, das heißt, nach dem Turm muss ich abhauen. Oh nein. Oder schon näher, als du denkst. Ah, die wissen nicht, wo ich hingegangen bin. Outplayt. Ich habe einfach meinen Hologram in den Busch gestellt und dann hat es ausgeguckt, als wäre ich irgendwie verschwunden. Okay. Aber ich muss jetzt nach oben, ich glaube, die Push-Norm. Oh, scheiße, die Turm wurde zu stürzen. Zurück gibt es hier auch, ähm, ähm, Teleport. Wenn du mich in League of Legends kennen würdest, dann weißt du, ich habe immer Flash und Teleport mit. Oh, okay. Also halt auf dem 3 und 3 Map, da nicht, da habe ich, äh, Flash und Teleport mit. Ich dachte, der kann mich besiegen mit 2 Leben. Tja, hier geht's ab. So, meine, ich bin höchst konzentriert. Weil ich muss auch gucken, was ich hier... Ey, wieso ging das jetzt so schnell, diese Bastardin? Oh, fuck, ich habe ihn nicht bekommen. So, meine Abklingenzeit ist es mit 40% Verbesserung auf Maximum, leider. Ich wünsche mir, man könnte die auf 100% verbessern, ey. Ja, aber da... Das ist nicht so... Da ist es ein bisschen OP. Ach, echt doch nicht. Also, zeig ich glaube, es ist doch nicht. Naja, zeig ich glaube, es ist mega OP, wenn man weiß, wie man ihn spielen kann. Und auch der Charakter kann irgendwie nachtlich werden, den ich gerade spiele. Aber ihr seht, ich kann nicht ganz so gut mit dem Charakter. Gut, ich habe jetzt 2 Kills, 2 Tode und 3 Assists. Das Leben ist doch nicht normal. Ich brauche mal mehr HP, ja, gerade eben. Sterb! Gut, ich habe sie vorbereitet, Roger. Ja, ich habe Mia gekillt, bevor sie abhauen konnte. Das war so... So ein Kill, ey, der hätte nicht sein müssen für sie. Sie hätte einfach wegrennen können. Sie weiß, dass meine Zauber ein bisschen, naja, lahmarschig sind. Nicht so wie Cyclops, eine richtig schnell und krass. Aber gut, wenn sie es unbedingt so wollte, dann why not. Ich finde ich so wohnen, ist voll cool. Das ist nicht wirklich Minionszirte, das... Ach, du Sch... Ich gehe schon back und komme mit Teleport zurück. Oder nee, ich sage lieber, sollte jemand nach oben gehen. Ich gehe nach oben und dann komme ich mit Teleport. Wie du meinst. Gut, mein Kill. So, ich komme noch oben. Oh, na, sieht es schlecht aus für euch. Ich komme hier. Oh, ich bin gleich tot, Mann. Alter, hey, ich habe dem jetzt eine Menge abgezogen, wo ich gestorben bin. Oh, ich hätte kämpfen müssen, nicht, Dully. Hätte ich gewusst, dass der jetzt so viel Damage macht. Wieso eigentlich? Ich habe eine 168 Zauberkraft. Oh, und schon habe ich die Alterne hier. Jetzt will ich den Blitz, den Blitzknüppel. Ja. Da gibt es 10% Abklingenzeitreproduzierung. Ich hoffe, das hilft. Also ich hoffe, das ist dann noch kürzlich. Oh, ich muss eigentlich gut helfen. Weil normalerweise müsste ich dann 50% haben, aber die 40% ist nun mal schon grün. Na, wir werden ja sehen. Wir werden ja sehen, ob es trotzdem noch dazu gezählt wird. Vier Kills, drei Tote und vier Assists. Noch geht die Statistik. Ich fünf Kills, ein Totenpreise. Oh, ich hole mir Zilong. Ja, der hat nicht gerade vier APs. Der ist bei mir. Wollte eigentlich meine Old Macher und dann habe ich gesehen, ich brauche sie nicht. Guck mal, wie viel Leben ich noch habe. Oh, wie soll er in Deutschland sind sie weg? Da sollte er mir noch helfen. Ich komme. Ich konnte nicht weg. Kacke, ich habe Teleport erst in 30. Ich glaube, das war zu spät. Ich habe gerade noch... Was? Hast du den Mingeln gerade gesehen? Nee, gerade eben nicht. Ich habe noch gerade eben gesehen, wie ich noch... Der Mingeln ist in die Mitte runtergegangen und ist dann die Topf raus. Okay. Der Mingeln ist in die Mitte runtergegangen. Während ich gerade noch kurz bevor ich tot war, gezaubert habe. Ja. Komm, ich springe jetzt mal ein paar rein und drückgeholt. Oder ich schneide mir die. Oh, ich habe sie mega laut gemacht. Also es sieht alles danach aus, als würde es jetzt langsam zu Ende gehen. Schade, ich würde gerne mal die Wirkung des Blitzten, du willst noch mal sehen. Oh, ich habe meinen Teleport wieder. Zeilung flüchtet also vor mir. Das ist echt schade. Roger ist auf K. Wir gewinnen das... Kann ich eigentlich auf deine Ding tippen? Äh, gute Frage. Probier es mal aus. Nee, kann ich nicht, schade. Ich kann gerade nicht zu dir tippen. Ich habe keine Minions oder so. Ah, scheiße. Also normalerweise kann man auch zu einem Helden tippen. Echt? Also in LOL war es so. Und wieso habe ich jetzt keine Sist bekommen? Ich habe mich eigentlich daran beteiligt. Ach, na egal. Okay, danke. Ja, okay. Es läuft. 555 steht es bei mir. Alles gleiche zahlen, oder was? N6 am Lotto, oder wie? Nee. So. Endlich. Ich bin wieder da, ja. Wie lange läuft die Aufnahme schon? Ähm, Moment. Ich habe gerechnet, die sollte... Ja, die wird ungefähr 35. Spätestens sollte sie dann zu Ende sein. Cool. Ja. Aber vorher würde ich wirklich gerne noch den Blitzen über mir leisten wollen. Und ich würde ja noch ein paar Kills haben. Es ist mein Traum, wir in fünf Leute reinspringen und drücken und pennt der Kills. Das ist ja nice. Aber die stehen nie. Entweder sind die nur zu dritt, oder nur zu viert, oder nur zu zweit, oder nur eine die zu fünft. Ja, so läuft die zu fünft. Ja, so läuft die zu fünft. Eine da, eine da, eine da, eine da, eine da. Hi. 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 Du bist gerade in einer Aufnahme rein. Ah, hi. Ja, hallo YouTube, soviel dazu. Hallo YouTube. Hallo YouTube. So, jetzt habe ich diesen Blitzknüppel, natürlich habe ich die Abklingenzeit dafür nicht bekommen. Ich habe bald Minotaurus, gell? Starte das vollamtes Spiel! Was? Okay. Wann bauen es jetzt? Alles klar. Auf gestern zu viel Pranik verbreitet XD. Wir haben noch einen Monat, das war es mal wieder komplett. Okay, er liest gerade im Chat von Bania Chronicles. Ah, ich habe Abtick gemacht, okay, plötzlich habe ich die Fragezeichen. Das wäre richtig nice. Tja, das ist eine gute Frage. Aber warum, hast du den Gaming Server gemacht? Ja. Warum sind wir dann, warum hast du dann hier auch mit Michael Entler, ähm, Mobile Legends, ähm, Dingsbums? Auf dem Gaming Server, da kann man, ist der Mobile Legends Raum dazu da, um dort zu zocken. Und die Quatschen sind nur zum Quatschen. Und hier ist es so, dass man in dem Raum, wo wir gerade sind, aufnimmt und zum Zocken geht man in die Quatschenräume. Das ist ja... Das war es mal wieder komplett, jetzt bin ich komplett verwirrt. Und dieser Server ist sowieso nur für YouTuber gedacht und der Gaming Server auch für normale Gamer. Jetzt bin ich komplett verwirrt, lassen wir es mal. Bitte Fragezeichen, weg hier ist so ein sexy girl, Alter. Spruche? Ja, ich habe den Kehl bekommen. Wow, ich habe so einen billigen magischen Staub bekommen. Komm, Alter. Ich habe mich Mia zu sehr gestellt. Elevator, mein hat es gesehen. Schau, es ist die Frage noch da, aber dafür kann ich jetzt tausend Sachen öffnen. Also Elevator hat es ja gesehen, ne? Elevator noch da? Äh, äh, warte. Ich trappe die jetzt im Busch, wenn hier mal kommen. Ja, kannst du dich nochmal machen? Oh, wohl schon wieder keinen Sinn, dem ich nicht mal spiele. Ein Busch getrappt. Sehr gut. Ich habe einfach irgendwo Schult gemacht und sie wusste nicht, wieso sie Damage bekommt. Oh, oh, jetzt haben wir das gleiche. Okay, wie ich sehe, geht es jetzt aufs Endgame zu? Ich glaube sogar, die haben sogar Cloud gebufft, aber in anderem Hinsicht besser. Vielleicht, oder sie haben sich überlegt, ne, den Kollegen brauchen wir mal ein bisschen. Schafft ihr ein Whiteout? Ja. Er hat gerade gesagt, no, 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 no. Das wäre auch zu schön gewesen. Ich bin unterwegs. Wolle aufstehen? Das ist die falsche Richtung. Ich gebe Base und TP mich. Ich habe zu wenig Leben. Jetzt kommen sie alle wieder. Ja. Ah, Mann, Idiot. So. Ich dachte schon, die Minis halten ich jetzt auf. Äh, so. So. Da komm mal, wenn er ein Spiel zu Ende ist. Oh, ich bin endlich fünf Leute drin. Alter, da ist mir der ein Kill geklaut. Aber sieben, dreimal die sieben. Oh, wieso Abteilung nicht ausgesucht, Mann? Wir haben gewonnen. Geil. Haha. Krasse Sache. Das erste Video seit langem, in dem wir mal wieder gewonnen haben. Ja, Mann. Victory. Hast du das Cloud Game auch schon angezogen von mir? Ne, noch nicht. Das hatte ich ja dann keine Zeit mehr. Da habe ich sogar, ich habe sogar eine Runde vorher schon aufgenommen. Aber die habe ich weggeschmissen, weil ich verloren habe. Ich habe keine Lust gehabt, immer bei Aufnahmen zu verlieren. Ne, also ich schneide da nichts. Ich werfe da nichts weg. Bei mir wird alles gezeigt, so wie es ist. Goldene Kampfwerdung. Sehr geil. Ach, ähm. Wer hat mich mal ein, Florid? So, ich würde sagen, jetzt erst mal die Verabschiedung. Ähm, zuerst darf sich Alemeto meinen verabschieden, der wieder im VPL ist. Ja, wie immer. Ich habe schon nichts zu lassen auf den TBDG. Sehr viel Glück. Tschüss. Ne, abonnierst. Elevator, Mann. Das ist besser. Okay, Leute. Und das war es mal wieder. Wer euch der Pfad gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich lasse einen Riss weg da. Schreibt unbedingt... Schnauze. Schreibt unbedingt etwas in die Kommentare, wenn ihr wollt. Ja, den Riss weg. Und ladet euch Mobile Legends im Play Store runter. Und abonniert meinen Kanal. Das sind 200 Euro. Ja. Und vergesst dich, Leute. Seht die Daumen nach oben. Dann wird man euch loben. Bis dann. Und ciao. Kakao. Schlechte Verabschiedung.